Der vergangene FZI Healthcare Tag stand im Licht der Digitalisierung von Arztpraxen und fand am 20. September 2017 im FZI Forschungszentrum Informatik statt. Der Tag richtete sich an in Praxen niedergelassene Mediziner, Pfleger, Therapeuten, aber auch an Vertreter von Krankenkassen sowie IT-Dienstleister, um in einem gemeinsamen Diskurs Chancen und Hürden der Digitalisierung zu identifizieren und die verschiedenen Standpunkte zu diskutieren. Die eingeladenen Gäste brachten engagiert Thesen, Erfahrungen aus ihrem Alltag und Erwartungen an zukünftige Digitalisierungslösungen ein. Die individuellen Anforderungen wurden zusammengetragen und werden in einem Thesenpapier zusammengefasst, welches demnächst auf den FZI Webseiten für Interessierte zur Verfügung gestellt wird.